Und was hat dich bewogen, Susanne, deinen ersten Marathon zu laufen? Ja, ziemlich unspektakulär. Ich weiß nicht, ich bin zuvor auch noch in Nürnberg, in Nürnberg, meinen ersten Halbmarathon. Jesus Maria, am 3. Oktober. Ja, und im Gegenzug deiner Annahme oder im Gegensatz deiner Annahme, ich fand es eine auch nicht so schwer und habe jetzt heute eine auch nicht so viel Angst davor und habe gedacht, ja, ich probiere es einfach aus. Genau. Soll da schon viel passieren. Locker bleiben, mitlaufen, Spaß haben. Wetter ist optimal heute. Also hier gibt es schon die erste Verpflegung. Stehen bleiben, trinken. Stehen bleiben und trinken. Schön stehen bleiben und trinken. Wir haben noch ein besser Wasser. Wie heißt du? Bastian. Achso, ich dachte Wasser. Wie heißt du? Elke. Elke, nicht Wasser, aber nicht Iso, Schorle.